Während der Gastgeber des Abends noch mit dem Soundcheck beschäftigt ist, bin ich Turi in der eigenen Stadt, die Elphi, auch für mich immer etwas ganz Besonderes und auch für Nico Santos, der heute auf der Bühne steht. Kurz vor seinem Auftritt verrät mir der 31-Jährige, dass zur Nervosität noch ein weiteres Gefühl kommt. Ich glaube, jeder Künstler, der hier schon mal live gespielt hat, kennt wahrscheinlich diesen Moment, wenn man hier reinkommt, noch keiner ist da, man hat so ein bisschen Ehrfurcht. Ich hätte am liebsten die Familie gerade dabei, damit die sagen, ich kneif dich mal ganz kurz, weil das passiert dir gerade wirklich. Deine Base ist ja die Familie, deine Schwestern, deine Eltern, die haben ja sozusagen auch den Grundstein für deine Musikkarriere gelegt. War es tatsächlich so? Ja, 100 Prozent. Meine Mama hatte eine Frauen-Grunge-Band in Bremen, die Linda Potatoes. Mein Papa war auch selber Jazzmusiker. Es war immer, überall war Musik. Und ich glaube, es war die logische Konsequenz, dass ich dann irgendwann selber beschlossen habe. Ehrlicherweise, ich habe noch nie an etwas anderes gedacht. Ich wollte gerade sagen, gibt es eine berufliche Alternative? Nee, ich wollte immer sechsmal Fußballer werden, das habe ich sehr, sehr schnell verworfen. Da war ich wirklich auch nicht so gut drin, deswegen, ich glaube, ich hatte nur diese eine Alternative, Gott sei Dank. Du wirst ja von deinen Freunden, aber auch von beruflichen Weggefährten als so der Strahlemann, das Herz, der Sunnyboy beschrieben. Ich kenne dich jetzt nicht gut, aber auf der Bühne wirkst du auch so. Gibt es denn auch Dinge, die dich so richtig rasend machen? Verkehr. Oh! Im Verkehr bin ich auf jeden Fall dann eher, da kommt, ich sag mal, die bisschen cholerischere, spanische Art. Obwohl du ja deinen Führerschein noch gar nicht so lange hast, ne? Das stimmt, das stimmt. Aber wahrscheinlich, vielleicht sogar deswegen. Vielleicht deswegen. Ja, nee, also ich muss sagen, es ist schon schwer, dass ich mal so ein bisschen die Fassung verliere. Aber meistens ist es entweder Ungerechtigkeit oder beim Verkehr. Hat dein Vatersein deine Arbeit verändert? Weil ich habe gehört, du schläfst generell nur drei bis vier Stunden. Es hat sich, das mit dem Schlafen hat sich schon ein bisschen kurz vorher verbessert. Und ich muss ehrlicherweise sagen, seitdem ich eine Familie habe oder für mich ein Gründer habe, läuft es eigentlich sehr, sehr gut mit dem Schlafen. Also ich hab, also man will es nicht so laut sagen, ne? Weil es kann sich sofort ändern und so, aber bis jetzt ist alles noch sehr entspannt. Nach dem Abitur kommt Nico Santos nach Deutschland zurück, studiert zunächst Tontechnik in Köln, konzentriert sich dann aber auf seine musikalische Karriere. Wie findet er sich zurecht zwischen den Welten? Schlägt das spanische Herz in dir oder das deutsche? Wo siehst du dich mehr verwurzelt? Früher habe ich mich das immer gefragt. Bin ich eher, bin ich eher deutsch, bin ich eher spanisch? Ich habe 20 Jahre in Spanien gelebt, habe aber einen deutschen Namen, sehe eher deutsch aus als spanisch. War in einer spanischen Schule, aber habe mit meinen Eltern deutsch gesprochen. Ich wusste es nie. Bin ich halb, halb? Und jetzt muss ich sagen, das Schöne ist, man hat zwei Orte, die man zu Hause nennen kann. Ich bin beides und das ist das Schöne eigentlich. Du bist der großer Werder Bremen Fan, am Freitag spielt Deutschland Spanien. Für wen schlägt dein Herz? Ich muss ehrlich sagen, es wird sehr, sehr hart. Ich bin natürlich immer, also wenn die nicht gegeneinander spielen, bin ich natürlich immer für den jeweils anderen. Aber jetzt, ich bin ein bisschen mehr für Deutschland, muss ich sagen. Oh. Ich bin ein bisschen mehr für Deutschland. Wahrscheinlich werden die auch gewinnen. Ich glaube, das wird eine schwierige Nummer für Deutschland, aber wir bleiben positiv. Gibt es einen Song, auf den du dich am meisten freust, wo du sagst, da geht mir ein bisschen der Stift, da bin ich richtig nervös? Es gibt eine Nummer, die habe ich von meinem verstorbenen besten Freund geschrieben, auf Mallorca damals. Wir waren 14 beide. Und den mache ich heute das allererste Mal nur mit Streichern. Ich glaube, das ist ein schöner Moment, das hier aufzutragen und zu wissen, ey, ich habe den damals irgendwie geschrieben und jetzt vor so vielen Leuten zu spielen, ist schon sehr, sehr schön. In so einer Fassung. Ich glaube, er wird es auf jeden Fall hören. Niko, vielen Dank für deine Zeit und ganz viel Spaß beim Konzert. Vielen Dank. Danke sehr. Das war nur eine von ganz vielen Geschichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein, die wir euch immer montags bis freitags um 18 Uhr in unserem Regionalmagazin zeigen. Noch mehr Highlights gibt es hier auf unserem YouTube-Kanal, einfach jetzt abonnieren.